In den USA muss man kein Gewerbe anmelden, wenn man als Einzelperson selbstständig ist, neben dem Beruf oder hauptberuflich, zum Beispiel als Übersetzer, Programmierer oder Maurer. Der Grund ist völlig logisch, das kommt in die Steuererklärung. Dort trägt man auch ein, welche Tätigkeit man nachgeht. Steuerformulare heißen übrigens 1099 und 1040. Und das ist im Grunde ja die Meldung, mehr braucht man nicht. Deswegen ist es ja auch sehr einfach, nebenbei Geld zu verdienen ohne viel Bürokratie, alles läuft über Steuern. Man kann auch freiwillig eine Gewerbenummer vom US-Finanzamt beantragen. Wenn es Spaß macht, muss man aber nicht. Das nennt sich hier EIN. Diese Nummer wird zum Beispiel von der Bank verlangt, wenn man ein Konto auf das Gewerbe eröffnet. Oder wenn man Lohn an Beschäftigte zahlen will, braucht man die auch. Kurz gesagt, Steuern zahlen, Sache erledigt. Gewerbeanmeldung und noch mehr Papierkram, das Feedback des Amerikaners wäre, why?